Es war ca. 100 Tage nach dem Ausbruch. Wir gerieten in einen Hinterhalt, überall waren Beißer. Ich hatte nur meine Axt, meine immer treu. Und wir waren ein verdammt gutes Team. Und zwischen all diesen abgetrennten Körperteilen, diesen völlig zerfetzten und toten Zombies, da war dieser Gekroch in der Luft. Tja. Nach was roch es? Es roch nach Sieg. Irgendwann ist dieser Apokalypse zu Ende. Und dann gehen wir alle nach Hause. Wir beide auch.